So, und kleiner Nachtrag noch zu der Tatsache, dass mein Vater Sportlehrer gewesen ist. Und zwar mit Hinblick auf die RTL-Serie Der Lehrer. Ich will nicht sagen, dass das auf der Geschichte von meinem Vater beruht, aber er hat damals, also der Lehrer fährt ja in den letzten, also jetzt in den aktuellen Staffeln, am Anfang hat er einen roten Saab gefahren, glaube ich. Möglicherweise eine Anspielung auf mein Audi, aber das ist nicht der Punkt. Und jetzt fährt er einen bronzefarbenen Mercedes mit schwarzem Dach. So, und jetzt hört euch mal an, was mein Vater damals für ein Auto gefahren ist. Also ich meine, ich habe einen Mercedes gehabt, vielleicht ist das so eine Art Kombidiss, weißt du? Mein Vater ist damals einen bronzefarbenen Ford Capri gefahren mit schwarzem Vinyldach. Warum hat dieser Mercedes ein schwarzes Dach? Also, keine Ahnung. Und mein Vater ist auch immer mit all den Problemschülern zurechtgekommen, wo die anderen Lehrer alle das Handtuch geschmissen haben. Und der war bei ganz vielen immer der Problemlöser für irgendwelche Sachen. Und ja, möglicherweise hat sich da jemand inspirieren lassen von ihm.